Hallöchen, wir sind heute Hundespazieren führen. Das ist die Elli und das ist der Chico. Elli ist zwölf Wochen, Chico ist an der Dalb. Ja und wir gehen heute Gassi in Brühl gerade. Das sind die Hunde von der Logopädin. Der Niki wollte unbedingt mit den beiden spielen und das machen wir heute mal. Die Elli ist eben noch ein Baby, die zieht mir. Die Elli ist auch sehr stark, aber sehr gehörig. Aber sie hat die genapft vorhin, genau. Guck mal, Leute. Ein ganz kleiner Punkt. Ein Zahn hat sie gehabt, ganz kurz. Weil der Niki sie ein bisschen falsch angepackt hat. Nein, ich bin auch hier, weil es mein zweites Mal passt. Das ist der Spielstock. Nicht, dass er denkt, wir verbrüggeln eine Hunde. Warte, warte. Oh, jetzt muss ich ausmachen und es gibt's Wirrwurrwurr. Ja, ich hab dich drauf. Ich hab dich auf. Ich hab dich drauf. Ich hab dich drauf. Guten? Oh Gott. Elli? Ja! Fah? Oh Gott. Oh Gott, das war mega. Untertitelung des ZDF, 2020